einen wunderschönen guten abend heute jetzt voran wir haben beide den ganzen tag ist zum teil richtig zum teil gelogen aber wir haben genau das vor heute mit euch was wir gestern gesagt haben ich hoffe ihr seid dabei und der erste hat auch sogar schon abonniert keeper 4.0 vielen vielen dank dafür danke für den tiefgründigen content und dann kommen wir heute ich wollte es nicht sagen tut uns sehr leid bevor wir reingehen wir müssen uns erst mal alle hier vorstellen und abend sagen und so streiten 18 93 vielen dank 13 monate die frage an dich wie hast du wie hast du die nacht und den tag verbracht ich habe es ja vorhin schon mal kurz geschrieben dass ich mir mit der auswahl meiner legenden elf in der oder top elf of all time in der bundesliga sehr sehr schwer getan habe und habe neben all dem was ich heute noch zu tun hatte sehr sehr viel zeit wirklich ich glaube da sind wir beide gleich dummerweise da rein investiert um da was aus paket zu zaubern ich bin sogar meine alten autogramm album durchgegangen weil ich dachte so ein bisschen inspiration sammeln und viel zeit drauf gegangen aber ich hoffe ich habe da was ganz gutes zusammen gebastet ich denke dir er ging es da sehr ähnlich ja ich kann auch sein dass ich dann im stream noch umfalle und glaube ich etwas näher hinstellen das merke ich selber gerade gerade auch bei den lieblingsspieler wenn das ist geht ja schon mal los wenn man dann gleich noch machen muss es ja irgendwie definieren also wen wen nimmst du da rein ist jemand der da ein halbes jahr gespielt also drin oder sagst du halt ne muss schon ein jahr da geblieben sein bei bei der besten elf ist das ist natürlich auch eine gewisse schwierigkeit dass das man weiß ja nie wer oder kann einfach über die sechziger nicht so produzieren wie die neunziger und auch ehrlicherweise über die neunziger nicht so wie logischerweise bei den 2010er 20er jahren aber das kann man dann gleich noch mal einzeln machen wenn es dann soweit ist und es wird auch streitfälle geben das ist ja klar da bin ich mir auch sehr sehr sicher super 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 schwer getan bin aber auch tatsächlich auf deine persönliche elf mal gespannt wenn du da bin ich auch gespannt weil also das da gibt es natürlich ein paar disclaimer die ich setzen muss und inzwischen bin ich auch das ist natürlich teil der wahrheit inzwischen bin ich teilweise bei ist weil ich halt den anderen kennen gelernt habe den ich natürlich wahnsinnig gern mag oder mit dem ich tolle dinge verbracht habe und so und ich bin auch also heute das ist so schlecht das geilste chat thema ever ja weil da werden namen reinfliegen zur jeweiligen position wo ich mit einiger wahrscheinlichkeit denken muss oder werde ah ja stimmt das ist und es gibt auch also gerade bei dieser bei dieser lieblings elf es gibt halt so namen die fand ich für die hatte ich immer so ein soft spot aber die kann ich da jetzt nicht ernsthaft rein tun zum beispiel und ja da bin ich echt auch gespannt was dabei rumkommt yes ich auch wir können ja schon mal ganz kurz sagen dass wir uns dafür entschieden haben heute einfach weil es schon 50 millionen mal durchgekauft wurde und es jetzt auch schon ein paar tage zurückliegt dass wir die nachbesprechung vom bvb gegen dortmund rauslassen wäre da vielleicht noch mal eine ein wenig intensivere analyse haben möchte da würde ich euch einladen einfach mal beim rasenfunk rein zu hören dann kriegt ihr zumindest ein von ronde und zwar meine wenigkeit aufs ohr weil ich heute morgen bei max zu gast war und über den bundesliga spieltag gesprochen habe markt sei der content der 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 traffic so gegönnt ja weil es ein guter mann ist das ist eh was was man wenn man sich für fußball interessiert podcasts gerne hört dann glaube ich eh was was man hören sollte ja das würde ich genauso unterschreiben deswegen gibt es heute volle dröhnung nostalgie hoffentlich zu zur bundesliga werden wir gestern schon die die premier league gemacht spontanerweise ehrlicherweise auch es war gar nicht so geplant und da ist er seid ihr ja auf die auf die gute idee gekommen dass wir sowas mal öfter einbauen können und haben uns dann gedacht kommen war top spiel am samstag wir machen es heute für die bundesliga noch mal und uli sagt du gerne wie wir da wie wir da rein starten ja ich bin selber gleich total gespannt dass wir haben ja gesagt wir machen zweimal jeweils eine top elf system frei gewählt und es gibt einmal die die beste elf ever also bis hierhin wir wissen ja nicht was jemals passieren wird aber bis hierhin die beste elf und dann noch mal unsere lieblings elf wo es jetzt nicht zwingend was zu tun haben muss mit mit qualitäten sondern eher also wahrscheinlich irgendwie auch zum teil da bin ich dann jeweils auf die argumentation auch gespannt aber eher gusto sozusagen und dann kann man sich noch mal das ein oder andere erinnern und ich wir brauchen aber insbesondere auch bei den besten zum beispiel brauchen wir glaube ich geisteskrank eure hilfe weil es einfach gar nicht sonst sonst wird es halt nicht gehen und und auch da also das ist halt die frage die ich mir gestellt habe wenn du dir das so anschaust und und überlegst ist halt zu sein hat bei der allerbesten elf das muss müssen schon leute sein die halt so eine netz also ich habe jetzt nicht alles nachgeguckt wie lang jeweils der jeweilige spieler in der liga war oder so aber so vom gefühl her müssen das halt schon drei jahre gewesen sein er als eins also wenn jetzt sich ein weltklasse spieler halten jahr lang da war er hat alles kurz und klein geschossen dann reicht es mir halt nicht dass der da jetzt reinkommt und ja genau deswegen würde ich das so so mal vorne weg schicken wollen ich glaube bei der bei den allerbesten da geht es mir dann auch schon so ein bisschen um ich sage jetzt mal legacy da gibt es dann zwei drei ganz offensichtliche antworten wahrscheinlich ja dann aber auch wieder absolut streitfälle und natürlich kannst du es ist auch klar ich bin schon mal vorne raus ich spiele immer vier vier zwei so ist es auch kann man da können wir uns die hand geben ja auch vier vier zwei aber da gibt es natürlich dann leute die jetzt nicht in der viererkette in den verteidiger gespielt haben sondern vielleicht sowas wie libero damals da muss ich ein bisschen tricksen damit auch alle reinkommen aber ja genau so dass das muss man glaube ich vorne weg schicken aber aber es ist ja schon mal ganz gut dass wir zumindest in der systematik und im spielsystem dasselbe gewählt haben weil das macht jetzt in der herangehensweise das ist gut ja weil es ist vergleichbarer ja genau weil vier vier drei ich habe das wäre natürlich leichter weil es gibt es ist bei den offensivspielen das ist oftmals leichter zu callen weil logischerweise hat zahlen da liegen ja aber ja und du will play fucking for for fucking two genau wir machen das richtig also ihr werdet da noch merken bei meiner lieblings elf ist es halt auch maximal geschummelt bei mir auch bei mir auch total krank damit ich halt ein paar namen reinbekomme die ich da irgendwie reinbekommen muss aber ja passt schon würde ich mal sagen ja also genau es gibt ein paar ein paar positionen ich bin aber auch gleich gespannt eigentlich müssten wir kannst du das mit umfragen ja klar eigentlich müssten wir bei jeder position eine umfrage machen ob die zwei von uns oder jemand anders wird ja von gesamt ergebnis bekommen eigentlich müssen wir das bei jeder also bei bei den besten bei bei unseren gusto oder es geht euch überhaupt nichts an ja ich würde einfach mal sagen wir fangen mal an mit mit der mit und mit der top elf der bundesliga ever bis jetzt und lese jetzt schon so einen namen ich habe ich habe für mich das kann ich jetzt nur sagen ich habe für mich halt die die definition so gemacht dass ich schon halt hergehe und ich möchte sowohl prime als auch legacy haben also sowohl dass jemand in seiner blüte zeit einer der besten war aber auch eine gewisse zeit in der bundesliga verbracht hat also eine saison oder zwei saison aus reichen mir halt nicht deswegen fliegen da einige raus die die jetzt da nicht mit drin sind weil die halt meinetwegen früher gewechselt sind oder so da muss schon eine gewisse bundesliga zugehörigkeit da sein und oder auch die gewisse also ich habe schon dann auch auf team erfolg und sowas geguckt na vielleicht jetzt nicht so wie bei wie man es normalerweise machen wird aber und auch ein bisschen das sind so für mich eigentlich die kriterien gewesen die ich die so grob mit dabei habe und es sei uns hoffentlich verziehen aber da wird es euch wahrscheinlich anders gehen kann ich jetzt nicht vorstellen dass allzu viele auf twitch abhängen die in den 60er jahren bundesliga fußball geschaut haben es gibt halt ein paar leute von denen ich zwar dinge gesehen habe weiß und gelesen habe aber ich kann es halt selber nicht so einschätzen weswegen es schon so sein mag dass da jemand fehlt der da vielleicht hätte genannt werden müssen ja also das ist ja wahrscheinlich die ganze 70er bayern mannschaft nehmen können da wirst du nicht falsch liegen irgendwie und dann 80er hsv wahrscheinlich auch aber ja einfach nur das um um das einmal auch vorher gesagt zu haben sämtliche das gerne muss ja heutzutage muss man darf ja nichts mehr sagen das ist absolut richtig absolut richtig und dann das alles dafür dass wir und da gehe ich jede wette ein im tor pari sind mit mario neuer also es gab ganz kurz ganz kurz den moment habe ich also es ist klar am ende ist es klar aber oliver kahn war schon echt krass das war bei mir auch die idee also ich habe es gab bei mir den moment im ganzen research wo ich mir kurz gedacht habe boah oli kahn in seiner prime und wie er den fc bayern münchen auch geprägt hat mit seiner art und weise als spieler dann noch gehört da eigentlich mit rein genau und sepp meyer halt auch ne also alles was ich von den erzählungen weiß war halt sepp meyer die 70er version von oliver kahn oliver kahn war die 90er version und manuel neuer hat aber nicht nur in der bundesliga alles verändert sondern die ganze welt und deswegen ist der zuschlag für mich relativ klar aber kahn war krass das war echt krass einer der besten shot stopper aller zeiten also was der auf der also ich kann jedem nur empfehlen sich mal in den compilation video die best offs von oliver kahn sein safes anzugucken ist unglaublich nach auch den best of interviews bitte ja also noch gespielt hat ist auch nicht schlecht aber nee also das aber es ist trotzdem 95 zu 5 ehrlicherweise also das soll jetzt oliver kahn keinen abbruch tun aber manuel neuer hat das spiel verändert und glaube ich eine ganze torhüter generation geprägt in der art und weise der stefan klos den habe ich nämlich später zum beispiel dann bei meinen favorites also der wird es nicht kann ich schon mal sagen aber das war hart es war weil den der war schon echt den habe ich auch sehr sehr gerne gemacht muss ich sagen aber ich finde trotz alledem an also du kommst wahrscheinlich selbst wenn du über den besten keeper aller zeiten sprichst nicht an manuel neuer vorbei und deswegen eine legende der bundesliga hat noch nie im ausland gespielt hat alles gewonnen was es zu gewinnen gibt hat das torwartspiel neu definiert und das sind beide karten auf dem niveau zu spielen das ist einfach special das ist so glaubst du die kann könnte in der im heutigen fußball genauso wie damals das das macht das macht es ja immer so schwierig die die verschiedenen zeiten miteinander zu vergleichen weil also der kann der konnte keinen fußball spielen gar nicht aber in wenn der heute kommen würde dann würde das natürlich auch lernen müssen und deswegen mein neuer ist ja noch dazu talentiert insofern ist klar aber ja ich wahrscheinlich besser aber auch nicht gut weil dazu war der einfach zu krass der eine torhüter typ ja das stimmt jetzt wird hier im chat geschrieben der chea hat auch eine zeit lang geschafft das stimmt schon kann ja auch gar nichts mit dem ball aber ich weiß nicht ob also ich glaube auf der linie wäre olli kahn immer noch einer der besten und ich glaube es gibt auch ganz ganz viele teams denen dieser charakter in der heutigen zeit der er damals war sehr sehr gut zu gesicht stehen würde weil wie viele torhüter also die die torhüter entwickeln sich dahingehend ja eher zurück also es gibt ja nicht mehr so viele von diesen ganz verrückten keepern wie olli kahn einer war so die richtige präsenz und so nachdem hast du dir in die hosen gemacht du vor dem gestanden bist und wahrscheinlich auch wenn du mit ihm gespielt hast würde ich auch tippen und das ist schon also und im übrigen genau ich bin ergebnis ist da von der abstimmung relativ deutlich pro neuer 94 prozent auch in der also bei kahn und meyer könnte ich das kann ich nicht sagen nicht gut genug wer dann da die nummer eins ist aber auf jeden fall ist neuer die eins und dann sind halt die meinetwegen die zwei und drei und da gibt es keine diskussion finde ich nee ich habe jetzt bodo ilgner gelesen war krass ja aber nein und ich meine in der zeit gab es ja einige torhüter die auf absolut dem weltklassen niveau waren aber keiner war kam auch nur in die richtung schau mal rieb farf und solches zeugs auch ja also das ist schon gab es schon tolle alles gut aber nein und keiner wird jemals einmal in neuer rankommen ich finde den punkt hier auch gerade von muri im chat ziemlich gut galdiola hat doch ernsthaft mal überlegt neuer in einem spiel ins mittelfeld zu stellen das sagt schon alles über neuer fußballerische klasse aus also das ist schon verrückt dass das wirklich mal passieren sollte ja das ist echt krass ja genau toni schuhmacher und so ja klar also die du kannst im grunde ja immer jeden einzelnen deutschen torhüter nehmen und den da mit reinwerfen weil die haben ja früher alle in deutschland gespielt immer bis auf bodo ilgner dann irgendwann mal aber bei floh würde jetzt mit medi penati ums eck kommen liebe grüße falls er zuguckt dem geht es leider nicht so gut deswegen muss er kurzfristig rausziehen und aber ja also ein tor finde ich das war also es gibt zwei positionen da war es drei positionen da war es super simpel da habe ich den Namen sofort hingeschrieben und musste auch nicht mehr darüber nachdenken weil das ist auf jeden Fall richtig ja der eine davon war teute ja und die andere war können wir eine wenn wir eine Reihe weiter nach vorne gehen war für mich die rechtsverteidiger position mindestens genauso easy tatsächlich ja also innenverteidiger dann auch war das so ein da habe ich mir voll schwer getan ist das so echt aber genau fangen wir mal von rechts an weil da haben wir auch den gleichen Namen stehen mit eigener sicherheit das Philipp Lahm ja äh besser für mich persönlich äh bester rechtsverteidiger aller Zeiten Mr. Fehlerfrei äh ich habe noch nie jemanden gesehen der auf dieser Position so lange auf diesem Top Level gespielt hat ist unglaublich ja also ich finde es auch ähm hätte man theoretisch auch sogar einen Fall aufmachen können für links habe ich mir auch kurz überlegt weil links ist es nicht gar nicht ist es nicht so leicht deswegen habe ich fast überlegt Dreierkette zu spielen weil ich links so schwer fand ja es ist links ist es nicht so leicht am Ende ist es dann aber auch relativ klar irgendwie ähm aber ich ich wüsste nicht selbst wenn ich jetzt sagen würde also es gibt ja wir haben ja gestern mal die 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 besten äh äh Spieler aller Zeiten vorgelesen die die von der Bundesliga selbst kamen ähm wenn ich da jetzt reinschaue es gibt noch nicht mal eine On-Rip-Mention die in der Nähe wäre ja also der 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 am nächsten gekommen wäre wäre bei mir wahrscheinlich Lukas Piszczek in absoluter Topform der dahinter gewesen wäre ja den ich noch spielen sehen habe ja Lisa Rasu war links natürlich deswegen geht das nicht ähm ähm ja Piszczek ja ich meine es gab schon ein paar ordentliche Spieler so ist es jetzt nicht die man da nennen könnte aber äh ey das ist eigentlich Philipp Lahm relativ relativ sicher wenn du mich nach einer Top 11 aller Zeiten aus allen Ligen fragst würde ich dir rechts auch mit Philipp also gehe ich rechts auch mit Philipp Lahm oder hast du hast du einen hast du einen im Kopf der besser ist oder besser war als er hm wo kann ich aber nicht wahrscheinlich nicht Willi Sagnol ist ein guter Call der das kann man schon das der kommt also der wäre für Moment für mich Daniel Alves auf jeden Fall Daniel Alves kommt rein ja Daniel Alves weil auch seelprägend da muss man da muss man echt drüber reden das ist das ist sehr gut ja sehr gut ähm Icon war natürlich in der Prime Wahnsinn aber nicht lang genug mhm Kai Walker könnte man natürlich das gleiche sagen der war natürlich dann wieder extrem langlebig das stimmt also Kai Walker würde ist für mich auch in dieser Diskussion der würde glaube ich nie genannt werden da aber der gehörte auch schon mit rein aber für mich ist immer also ich würde trotzdem immer noch mit Philipp Lahm gehen tatsächlich Sanetti nee gehe ich auch mit Philipp Lahm aber auch nicht Lahm nee auch nicht Lahm ich Alves ja das da könnten wir drüber schreiten da können wir wirklich drüber schreiten ähm aber dann schieben wir halt Lahm auf links dann passt das auch ja dann weißt du was weißt du was halt das Krasse bei Philipp Lahm ist ähm und das da habe ich den größten Respekt vor ich glaube den hättest du und das hat ja Pep Guardiola auch gemacht der konnte sich aussuchen auf welcher Position er spielen würde und der war auf jeder Position Weltklasse und das finde ich ist ein Zeichen von besser geht's nicht mehr ja das stimmt Lilian Thuram auf jeden Fall ja wenn also Thuram ist natürlich ja wobei ja wahrscheinlich ist das Rechtsverteidiger ja doch da könnte man irgendwie so ein Fallsback bei Maldini ist es ja ähnlich ist das nicht eher ein Fallsback quasi also ist das so ein richtiger Rechtsverteidiger das macht es halt manchmal schwierig in der Definition dann ansonsten könnte man natürlich sagen ja gut Maldini Thuram logisch aber ähm genau Lahm war mindestens 7 von 10 ich habe auch nie ein schlechtes Spiel von dem gesehen total krank deswegen glaube ich ist der in der Bundesliga ist es ziemlich eindeutig ja es gibt auch übrigens in der Bundesliga.com 11 die wurde erstellt von also es ist eine Fanwahl gewesen wenn ich es richtig verstanden habe ähm die wurde erstellt das ist jetzt kein Schwachsinn erzählt ähm 2023 Dezember also vor einem Jahr ähm und da gibt es nicht mal einen Rechtsverteidiger außer Lahm um diese Aufzählung also es muss jetzt nicht zwingend richtig sein weil es sind halt Fanwahlen nee Gary Neville nicht mehr im Fernsten ähm das würde er nicht mal übrigens selber so sagen ähm ne aber Philipp Lahm hat eine rote Karte bekommen bin ich mir relativ sicher dass er eine gelb-rote Karte gekriegt hat ja das glaube ich auch also ganz also ich glaube nur eine einzige das kann man doch bestimmt irgendwo nachschauen zu den kompletten Leistungsdaten der hat bekommen nee das ist kein Witz er hat nicht eine einzige gelb er hat nicht eine rote und nicht eine gelb-rote Karte gekriegt in über 56.000 Spielminuten hat er nicht ein einziges Mal rot gesehen das ist total krank also dann kann er es in meine in meine Elf schon mal nicht schaffen Voraussetzungen mindestens zwei rote Karten krass und auch und auch nur als Rechtsverteidiger der hat nur 24 gelbe Karten bekommen und nicht eine einzige ah ne in der Bundesliga Bundesliga nur 24 gelbe Karten in über 32.000 Minuten krank ja ist echt krass echt krass ja gut also dann sind wir uns aber diesbezüglich ziemlich ziemlich einig ne dass das passt man könnte vielleicht noch also auch da ähm aber ich sag's nur dass der Name gefallen ist man könnte Berti Vogts nennen ähm ähm der wahrscheinlich am ersten sowas wie ein Rechtsverteidiger gewesen wäre den könnte man noch nennen der wäre wahrscheinlich auch die Nummer 2 in der Bundesliga wer ja oder ne ne Vogts schon vor sind glaube ich schon aber ja also es ist nicht knapp ne das mit mit großem Abstand Philipp Lahm Kimmich reicht ist auch für mich nicht ne noch nicht kann sein dass es noch wird aber noch gehe ich da auch nicht so weit ne ja und dann können wir würde ich sagen kommen wir zur Innenverteidigung weil da bin ich super gespannt das ist also wenn es für dich so easy war dann bin ich also ich bin extrem gespannt wen du da hast also das ist jetzt das ist natürlich der Fall jetzt ähm ich spreche jetzt von einem Libero oder ich werde zwei Liberos noch nennen im Verlaufe äh dieser Elf jetzt hier ähm die die da reinkommen der eine Libero ist Franz Beckenbauer und der muss da natürlich selbstverständlich rein und den habe ich jetzt halt einfach mal zum Innenverteidiger gemacht weil das weil das wäre vermutlich heutig man könnte jetzt natürlich auch sagen den schieben wir auf die 6 aber da muss ich ja gleich nochmal tricksen ähm habe ich jetzt Beckenbauer mal auf die auf die Innenverteidigerposition gestellt weil es weil es glaube ich am akkuratesten ist vom Vergleich her und ohne Franz Beckenbauer mache ich so eine Elf nicht das geht nicht ja ich äh gehe mit ich habe auch tatsächlich äh Franz Beckenbauer ähm auch aufgrund einfach dem was er hinterlassen hat ne also äh ich glaube auch dass das in der heutigen Zeit auch als 6er gut funktionieren würde ähm aber der muss bei mir auch in die Innenverteidigung weil dieses Spiel einfach so maßgeblich geprägt und verändert hat ähm dass da kein Weg dran vorbeiführt aber ich bin auf deine Nummer 2 total gespannt tatsächlich neben Beckenbauer weil der war irgendwie so da gibt es jetzt da gibt es jetzt da gibt es jetzt ähm 6 bis 10 die die richtig die richtig sind finde ich also ähm ich sag's gleich ich gehe am Ende mit es ist so schwierig weil es ist so ich gehe am Ende mit Jürgen Kohler weil ja ich auch der der im Übrigen auch ähm in meiner Lieblingself genannt werden muss weil das war sowas wie mein erstes Vorbild ähm weil es zwar ist ein richtiger Manndecker der wäre heute würde man sagen der kann halt gar nichts weil der war ja selbst in den 90ern schon zu sehr 80er eigentlich ja aber halt so eisenhart dass es dass es krass ist aber und das muss man schon auch sagen ähm selbe Argumentation wie gerade eben Matthias Sammer ähm ist der war krass zu seiner Topzeit der war einfach krass der war natürlich nicht so lange dabei weil halt viel verletzt ähm Ido Buchwald müsste man wahrscheinlich nennen ähm der wahrscheinlich auch am ersten Innenverteidiger ist dann nach den Standards ähm alleine also es war natürlich nicht in der Bundesliga aber alleine das eines Spiels wegen ne gegen Diego Maradona muss der da rein ähm ich finde man kann einen Call für Lucio machen ja habe ich auch überlegt warst du warst du gar nicht bei Mats Hummels gar nicht also hat der 0% bei dir mit drin okay krass Jerome Boateng ja Jerome Boateng ich sag's auch wie ses der wäre auch in meiner Lieblingself drin aber aus offensichtlichen Gründen kann ich sowas nicht geht nicht ähm aber das den habe ich echt geliebt als Spielertyp und ja rein sportlich müsste man drüber reden aber da habe ich Hummels davor sag ich ganz ehrlich also die Langlebigkeit einfach da habe ich den wahrscheinlich am Ende davor ich habe jetzt mal für die Umfrage Beckenbauer Kohler Sammer und Lucio mit drin und buchweit kann ich auch gerne noch mit rein weil wir haben fünf Plätze frei und dann könnt ihr hier mal währenddessen wir hier diskutieren macht doch einfach andere oder andere ja stimmt als letztens noch andere sehr gute Idee Feuer frei ähm ja aber ich also am Ende ähm habe ich heute auch viel Zeit damit verbracht mir Videos von Jürgen Kohler anzugucken Mann war der der war eisenhart der Typ ne also der war wirklich der war wirklich eisenhart also das ist auch also Beckenbauer ist glaube relativ klar ne Lucio ja Lucio zu Recht auch ähm ja weil auch so one of a kind ne also wann gab es mal so einen Spieler wie oder einen Innenverteidiger wie Lucio in der Bundesliga ja ja auch da kannst du natürlich sowas wie einen schwarzen Beck oder so Zeugs ne auch da müssen wir jetzt diskutieren ist der nicht eher Sechser und so solche Sachen da 70er und da wird es auch sicherlich gute Leute gegeben haben möchte ich jetzt nicht in Abrede stellen aber ja genau Buchwald kann man auch sagen dass der Sechser war ja genau Staubsauger Dieter Eils mäßig auch das ist das gleiche Klaus Augenthal der Libero ja der muss man wahrscheinlich auch irgendwie nennen ähm ne ne also ich bin mit meiner Wahl zufrieden Kola und es war ja zur damaligen Zeit was wert Jürgen Kola hat einfach irgendwie 104 Länderspiele oder so gemacht das ist total krass ich war gerade eben noch das bedeutet ja ich war ich war gerade eben noch mal auf seinen Statistiken und das ist schon verrückt also wie a wie selten der verletzt war und b dass der einfach auch immer performt hat also ist schon ja schon verrückt gut und auch und halt auch ne bei so vielen verschiedenen Vereinen also der war der junge Jürgen Kola war bei Bayern und der ältere der alte der aus Italien zurückkommt war halt bei Borussia Dortmund völlig krank ja 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 aber war auch also auch in Italien wohl crazy noch ne also ja bei Juwel völlig irre ja und hast du hast du einen ähm weil ich jetzt hier zum Beispiel Per Mertesacker lese gibt es den irgendwo in deiner in irgendeiner Welt ja ne also nicht also das ist jetzt das ist einer der Fälle ne wo ich dann irgendwie in meiner persönlichen Elf nicht zu biased sein darf ähm ich aber dann gleich nochmal auch was dann dazu sagen aber Mertesacker ist war gut war aber in einer Zeit in der weder die Bundesliga besonders toll war defensiv noch war er glaube ich total herausragend und da sage ich jetzt auch nichts böses glaube ich über ihn im Vergleich halt zu den anderen die wir jetzt nennen also Beckenbauer ist ja ein Oldtimer das Jürgen Kohler ist wahrscheinlich unter den Vorstoppern weltweit auch ein Oldtimer gehe ich mit das krasse ist wenn ich mir jetzt die Abstimmung anschaue dann gewinnt Beckenbauer sehr klar mit 57% dahinter kommt dann schon Lucio Sammer dann kommen andere und ganze zwei Stimmen kriegt dann Jürgen Kohler also krass und wir zwei oder was ja das sind nur wir zwei Idioten die den mit reingenommen haben aber ich weiß es nicht vom also Lucio und Sammer stimmt auch finde ich auch okay könnte ich auch voll mitleben Lucio halt auch muss man ja auch fairerweise sagen deshalb bis heute sagen dir Menschen wenn du fragst welcher Typ Innenverteidiger ist es und der dribbelt zum Beispiel an und schaltet sich manchmal die Offensive mit ein also quasi der Vorläufer zu John Stones der ins Mittelfeld geht nur halt das dann bis zum Schluss durchzieht dann sagen die ja so einer wie Lucio sagt ja auch was aus und halt auch Lucio ist unglaublich stark deswegen stimmt das und Matthias Sammer war natürlich wenn der gesund war in seiner Prime unglaublich gut ja Flo Flo schreibt also Flo ist übrigens im Chat ne falls ihr Flos Meinungen lesen wollt das ist hier 21-Daffi der hier euch die Expertise aus dem Krankenbett noch oder seine seine Expertise aus dem Krankenbett hier noch mitgeben will ja also es hat Flo hier irgendwas angeheftet Kola und Beckenbauer auf die IV dann kann Sammer mit Matthäus ZDM spielen ja wunderbar ist doch gut ist doch gut Flo ist ein guter Mann guter Mann der ist der älteste von allen der muss wissen ist gekauft Flo ist gekauft wollen wir nochmal über den Linksverteidiger sprechen dann oder hast du noch irgendwas für den Verteidiger da ist es also Linksverteidiger ist auf den ersten Blick sackschwierig finde ich auf den zweiten Blick dann irgendwie doch nicht so aber da habe ich ein paar Namen die in so einer Elf eigentlich nichts verloren haben ohne jetzt das Böse meinen zu wollen aber wir reden bislang sind es ja absolute Elite-Spieler die in ihrer Prime in dem FIFA-Rating 91 oder mehr gehabt hätten und beim Linksverteidiger fällt es zum ersten Mal ab für mich ja bin ich dabei also ich habe in den letzten Wochen war ich ja eigentlich überragend das ist das geilste Interview aller Zeiten warum hat Jürgen Klinsmann sie nicht mitgenommen das weiß ich auch nicht in den letzten Wochen war ich eigentlich überragend für mich für mich das für mich das geilste Interview of all time hat Olli Kahn mal geliefert als er gefragt wurde ob er am Gegentor schuld war ich weiß nicht ob du dich noch an das Interview ob er den Fehler gemacht hat und den Reporter einfach auslacht und ich so war ich unsicher ist mir scheißegal das ist so geil das ist so geil aber wie gesagt Linksverteidiger habe ich mir auch sehr schwer getan also für mich gab es tatsächlich nur zwei also in meinem Kopf gab es so zwei Spieler die diese Position hätten bekleiden können und ich habe mich entschieden also die Wahl ist gefallen zwischen entweder David Alaba oder Lisa Razou das waren die beiden die ich da auf der Liste hatte dann sind wir zum ersten Mal nicht dabei ich habe Andi Brehme ach krass okay ja da ist es ne ich bin am Ende mit David Alaba gegangen tatsächlich auch da weil ich jetzt ein paar Mal Paul Breitner genannt habe den muss man wahrscheinlich auch nennen als Rechtsverteiler das ist ein Wingback ganz klassisch der könnte glaube ich in der Viererkette nicht wirklich funktionieren was aber bitter ist ist er so klar das ist der Typ von dem ich sagen würde der ist was die Prime betrifft wahrscheinlich der stärkste den wir da hatten aber die zweite Bayern Amtszeit der war einfach schon nicht mehr so gut und in der ersten hätte ich dann Brehme besser gehabt Alaba ne den habe ich nicht Brehme also da würde ich irgendwie lieber wenn dann würde ich schon lieber ein Case machen wollen für Werner Dietz war der Linksverteidiger ist das so da kenne ich mich zu wenig aus tatsächlich Berti Vogts haben wir gerade schon gesagt würde wenn dann Rechtsverteidiger sein der hätte eine Honorable Mention gehabt für für Rechtsverteidiger vielleicht sogar unsere Nummer 2 ne aber da würde ich mit Brehme gehen tatsächlich ich gehe einfach deshalb mit David Alaba weil das wahrscheinlich wir haben ja vorhin auch über Langlebigkeit gesprochen ich meine er war ein paar Jahre in der Bundesliga von der Persönlichkeit her und diese linke Seite mit ihm und Franck Ribéry das war glaube ich das Beste was ich in der Bundesliga jemals gesehen habe von von einem Linksverteidiger und ich habe auch ehrlich überlegt aber also es ist auch andere Liga Christian Ziege war in den 90ern eine Zeit lang mal ziemlich krass bei den Bayern aber halt auch nur eineinhalb Jahre da waren wir verletzt oder so der hatte eine Zeit also ich glaube der hätte jemand sein können DD genau den habe ich auch noch da stehen aber halt auch mit einigem Abstand muss ich halt auch fairerweise sagen Langlebigkeit ja Welt 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 Klasse nicht deswegen hat er es dann am Ende nicht geschafft aber den hatte ich da auch stehen das ist schon auch das war auch jemand wo ich mir gedacht habe der ist dann auch bei meiner bei meiner persönlichen Elf so ne der war einfach geil kann man einfach nichts sagen ähm ja ne aber also also ja also es war da also mit der Position weil das ist halt da hast du einen Punkt da war es halt schwieriger als bei den anderen Positionen weil du da nicht das also es ist unfair zu sagen nicht das allerhöchste Top Level im Vergleich zu den anderen hast aber ich finde die Position fällt dann doch schon sehr ab tatsächlich ähm also ja Marcel Schmelzer kann da bei mir auch nicht mit rein hat also es geht ne 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 genau Christian Panda hätte mal einer werden können Hans-Peter Blieck jede Position bis auf Torwart gespielt die meisten als Linksverteiler okay dann müsste man Bernadiz mit Sicherheit reinnehmen ja das stimmt allein aus Langlebigkeitsgründen Europameisterschaft bla bla ja müsste man dann sicher so machen wenn das so ist dann kann ich dann zu wenig das ist da ist es jetzt einfach so da fällt das jetzt genau rein das kann ich nicht genügend beurteilen das gleiche ist im übrigen bei Hans-Peter Briegel zum Beispiel das kann ich nicht genügend beurteilen um es richtig sagen zu können ähm deswegen würde da ich meine Andi Brehme ist halt auch so Andi Brehme ist halt Weltklasse geht zu Inter ist absolute Elite ist einer der besten Spieler der Welt um die 90 also so zwischen 80 und 90 Jahreswenden kommt dann zurück und ist selbst halt als alter Spieler noch saugut bei Kasselslautern ne ja deswegen ähm war nicht war nicht Andi Brehme auch derjenige der äh kurz bevor er verstarb diese äh Geburtstagsglückwünsche verkauft hat im Internet und seine Frau im Hintergrund ja ja genau das ist ja wollte ich doch gerade sagen und Andi Brehme also das ist auch einer von denen da gibt es so ein geiles äh YouTube wo er über Köche spricht und Essen da wird er irgendwie zu gefragt und dann sagt er äh absolut vor Respekt vor die Köche und das was sie können also völlig da gibt es gibt es ein paar richtig geile Schnipsel von dem wo er Interviews gibt das ist total witzig ja die Abstimmung hat übrigens auch David Alaba gewonnen tatsächlich aber ich glaube dass es auch viel so biased ist ne weil der einfach weil man den gesehen hat über die also war es bei mir auch kann aber dein Spot schon äh also dass du den an Andi Brehme vergibst kann ich absolut nachvollziehen ich würde einmal deine Viererkette von äh links nach rechts einmal vorlesen also du gehst links mit Andi Brehme äh hast in der Innenverteidigung äh Beckenbauer und Jürgen Kohler und rechts ähm Philipp Lahm äh bei nur bei der Linksverteidigerposition sind wir nicht gleich da hab ich David Alaba noch davor ähm aber ansonsten war das eine relativ klare Kiste und äh ich glaube dass ich sonst auch also wenn es bei mir nicht Alaba gewesen wäre wäre es bei mir also Lisa Rasu kommt dem schon in seiner Prime sehr sehr nah was ich mir für einen Linksverteidiger vorstelle das stimmt schon ja genau und also wir weil ich das gerade lese mir ist schon klar Paul Breitner war Wahnsinn ne ähm das ist genau das gleiche alleine dass ich also wenn dann Rechtsverteidiger und da würde ich aber sagen Lahm war noch krasser als Breitner ähm und dann könnte man aber auch da dazukommen dass mit denen wenn man jetzt sagt okay 4er Kette Rechtsverteidiger Paul Breitner gut kann ich mit leben dann ist der halt auf der 2 dann kriegt der halt den ersten Platz als Ersatz ich glaube damit kann man gut leben witzigerweise ist er tatsächlich ist Paul Breitner genannt bei Transfermarkt als reiner Linksverteidiger oder Zehner also das ist immer ganz verrückt also wenn Breitner wenn Breitner Linksverteidiger ist dann sage ich Scheiß auf Breme nehme ich Paul Breitner ja dann gehe ich das würde ich auch so machen also wenn aber ich kann es nicht beurteilen tatsächlich ob Transfermarkt da da Recht hat weil ich hatte ich assoziiere mit ihm auch einen Rechtsverteidiger hätte ich habe ich irgendwie so einen Kopf aber Hund aus Grimaldo meine Nummer 3 finde nicht viele bessere der Typ ist schon heftig boah ne das wäre ja qua Definition einfach schon gar nicht möglich weil mehr als eine Saison hätte ich schon gern ja das stimmt da kommt jetzt keiner in der Bundesliga Top Top 11 außer wir würden wiederum sagen egal wie lang er da war Hauptsache er war da aber dann nehme ich da jetzt Juri Jogger mit rein und dann ist der ganze Käse vorbei das macht ja keinen Sinn das macht ja keinen Sinn also bleiben wir bei unseren jeweiligen Viererketten und ich würde sagen wir rücken eins vor auf die jeweilige Sechser Position und auch da würde ich tippen dass wir zumindest eine Überschneidung haben hoffentlich also ohne Lothar geht gar nichts ohne Lothar Matthäus mache ich es nicht ohne ohne den geht es einfach nicht gibt gibt eine Welt in der ich sage Lothar Matthäus ist der beste deutsche Fußballer aller Zeiten weil es so krass war ja würde ich nicht widersprechen das Kranke ist ja dass ich mir von dem habe ich ja auch nie spielen sehen aber wenn ich meinen Opa zum Beispiel frage wer der beste deutsche Fußballer war den er jemals gesehen hat antwortet der mir 10 von 10 mal Lothar Matthäus und dann habe ich mir häufiger einfach mal Videos von dem angeschaut alter Schwede der Typ hätte heute einen Marktwert ich glaube den könntest du ohne Probleme heute reinwerfen und der hätte einen Marktwert von 180 Millionen noch und kein Witz der ist inzwischen über 60 ich habe letzten Sommer nee Sommer Sommer 23 habe ich gegen den gespielt und war es schlimm das ist total alber der ist mit 60 der läuft bei 42 Grad im Schatten zieht der volle keine 60 Minuten am Stück durch und ist immer noch kannst dir vorstellen sowas verlernt man ja nicht der Touch das ist total das ist krass das ist also der Typ der hat doch auch mit hat er nicht auch bei irgendeinem Landesligisten mal ein Spiel oder so ein Oberligisten nochmal mit Mitte Ende 50 ein Spiel gemacht also total krass und war da einfach immer noch der beste Mann auf dem Platz der hat damals der kam ja nochmal zurück zur WM 2-2 mit 42 oder sowas und war halt jetzt nicht das Problem damals also echt alter Schwede Lothar Matthäus krass und das Krasse bei ihm ist ja auch dass er und das ist das Bittere leider bei ihm dass er in Deutschland nach wie vor sehr verschrien ist und wenn du mit ihm also ich habe manchmal das Gefühl dass viele der Deutschen gar nicht wissen was passiert wenn Lothar Matthäus irgendwo in Italien unterwegs ist oder in ein Stadion geht das ist ein Weltstar ich habe das Gefühl es es bessert sich gerade ja also es dadurch dass er muss man ja sagen als Experte das hat er schon ganz schön ernst genommen irgendwann den Job und dadurch glaube ich kommt ihm auch wieder ein bisschen mehr Gutes jetzt entgegen zwischenzeitlich war das halt so also mir hat zum Beispiel mal ein Nigerianer gesagt ich verstehe euch nicht euch Deutschen ey bei uns kann J.J. Okocha machen was er will es ist scheißegal was der tut das ist einfach eine Legende und ihr lacht über Lothar Matthäus das gibt es halt zu lachen ja das ist das krasseste den es gibt der kann der kann zwei 16-Jährige heiraten auf einmal und das ist in Ordnung so ja 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 weil ich lese auch richtigerweise gerade im Chat von Noah es gibt eine Welt in der man noch sagen kann dass Lothar Matthäus der beste Mittelfeldspieler aller Zeiten ist und auch dafür kann man mit Sicherheit einen Case machen ja so eine Noften.com Werbung die war es nicht aber als Spieler also wenn ihr wenn ihr fragt was seine Stärken waren sag ich euch ganz ehrlich alles der konnte alles und zwar alles auf einem geisteskranken Top Level ja ja der war wirklich war echt gut also da führt kein Weg dran vorbei der hat einfach der hat fast der hat 785 Spiele gemacht der hat fast 70.000 Minuten Profifußball gespielt das ist einfach heftig also es ist einfach echt heftig und ja also verrückt 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 und muss da rein ich bin jetzt mal gespannt wen du im 4-4-2 daneben hast ja das ist halt jetzt das Problem also spielen wir flach oder raute ich möchte da muss ja irgendwie ein Zehner dabei sein das geht ja nicht anders also in dieser da ist jetzt wird es die nächsten drei Positionen das ist so schwierig hast du eine Raute im Mittelfeld ja das ist aber so hingeschummelt okay verstehe ja also ich glaube auf der 10 kannst du nicht das geht du musst Günter Netzer nehmen das muss eigentlich sein weil es ist ein Genie der Typ und deswegen schieb ihn auf die 8 schieb ihn auf die 10 und der muss da rein und ich habe tatsächlich das ist ein Team das es so nie wieder gibt die müssen auch repräsentiert sein in der 11 also muss der da rein ich habe ich habe mir also ich habe mir sehr 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 schwer getan bei der Wahl zwischen Thomas Müller und Günter Netzer und ich bin tatsächlich am Ende mit Thomas Müller gegangen ja das also da sind wir tatsächlich auch nicht nicht Pari aber ich kann also ich kann das verstehen weil Günter Netzer ja auch ein Spieler ist auch da guckt euch mal Videos von dem an unfassbar aber Thomas Müller halt auch also wie den wird es so nie wieder geben und hat was für eine Legende der Bundesliga ja also Müller ist natürlich auch in Langlebigkeit und so da könnte man auch also eigentlich muss der da irgendwie irgendwo rein könnte man sich auch aus rechts außen vielleicht irgendwie hinschummeln oder was keine Ahnung aber Günter Netzer ist der ist halt einfach auch zu dem Zeitpunkt das was die ganze Welt sucht und und eben Gladbach und und so also ich nee also Netzer muss da schon rein der muss da schon rein ja ich da muss ich ich muss echt mit Thomas Müller gehen weil ich den wenn ich mal alleine schaue was der für für Scorer hatte in der Bundesliga Thomas Müller immer so ausgesehen halt als ob er überhaupt keinen Fußball spielen kann aber am Ende jetzt mit äh wie hält es da mittlerweile Thomas Müller Thomas Müller ist 35 wenn ich jetzt auf seine kompletten Leistungsdaten gehe dann äh spielt er seit wann ist der in der Bundesliga ich glaube seit wievielte Saison von ihm ist das bei Bayern hast du das auf dem Schirm nee wahrscheinlich nicht 14-15 irgend sowas bestimmt warum sehe ich den jetzt hier nicht seine kompletten zu allen detaillierten Leistungsdaten so äh alle Spielzeiten Anzeigen hat Thomas Müller erzielt warum habe ich mir das vorhin nicht rausgeschrieben da ärgere ich mich ein bisschen drüber es gibt jetzt Live-Recherche äh hat hä warum wird mir das bei Transfermann nicht angezeigt müsste ich sowas wie Dienstmann wollte den damals ja zu Hoffenheim allein glaube ich ne ja wollte also sollte bei Bayern glaube ich ich weiß gar nicht wer ihn bei Bayern am Ende gehalten hat was äh ich glaube er wollte nicht wenn ich das richtig noch habe ah doch hier steht warte mal Leistung pro Verein Thomas Müller hat Thomas Müller hat in 725 Spielen für die für die A-Mannschaft bei Bayern 245 Tore und 271 Vorlagen gemacht also das ist total krank er spielt seit 2008 in der ersten Mannschaft ja ist schon ist schon krass das ist schon das ist schon krass ähm ja ich verstehe das dass der da rein muss ähm ich verstehe das total ich meine in der Achterposition wäre es halt krass geschummelt wenn wir 4-3-3 spielen würden das habe ich mir überlegt dann schummel ich den auf die rechte Seite halt dann passt das auch da kann ich irgendwie mit leben sag ich halt er hat irgendwann mal eine Zeit lang da gespielt ähm ja aber ne Günther Netzer das ist für mich schon in Ordnung habt äh ich lese hier so ein paar Namen äh Diego der kommt da nicht mal in die Nähe von also der darf nein also Diego war war Wahnsinn ja von der Fahrt war Wahnsinn in seiner Prime aber wir reden da nein also wir reden da über Günther Netzer das ist ein Real Madrid Level Talent damals gewesen ne ja das stimmt also der steht da auch zurecht von dem ich auch einfach weniger weiß aber die haben sich ja glaube ich nicht viel genommen der eine hat dem anderen die die Klinke in die Hand gegeben wenn müsste man wahrscheinlich Bernd Schuster nennen auch noch ne der auch einfach ein Weltklasse 10er war damals Kevin Kiegel beim HSV genau aber da stimmt ähm ist halt aber der kommt natürlich zu einer Zeit wo er schon das hat auch nicht so gut funktioniert ja ähm deswegen reicht es mir nicht wie lang der da war das wäre natürlich so jemand gewesen den man jetzt vom Gesamtresümee aber da müsste man auch Raul da reinnehmen aber ja es geht ja nicht darum wer hat in der Bundesliga gespielt der hat eine geile Karriere dann müsste auch Rüdvan Nistelreuth da rumlaufen aber so ist es halt nicht sondern ähm der muss halt schon wenigstens ein paar Jahre da gewesen sein und und Flo schreibt richtigerweise auch in den Chat Reus darf wenn er Glück hat auch ins Stadion auf die Tribüne der schafft es bei mir sicherlich nicht auf die Bank und würde ich genauso argumentieren also da gibt es noch also es gibt ja gleich noch einen Namen da müssen wir dann nochmal drüber sprechen auch den vielleicht bin ich ja auch da bei es dann aber ähm oder mit einiger Sicherheit sogar aber ja das Ding ist wenn ich mit einer Doppel 6 gespielt hätte dann wäre bei mir ähm Basti Schweinsteiger auch äh ne Name den ich da mit reingeworfen hätte boah doch wer kommt bei dir nirgendwo in die Nähe tatsächlich krass okay also da könnte ich dir noch da würde ich noch mit drei Leuten freuen also Toni Kroos ist auch so jemand ähm wir sprechen nicht über die Real Madrid Version Toni Kroos sondern die Bayern Version die damals ganz nett war aber sonst nix genau und ein Name wird jetzt gerade genannt den ich dann gleich noch nicht gleich noch woanders hinschiebe Micha dann gehen wir also Michael hätte ich kannst natürlich sagen es ist eigentlich ein Zehner ähm in der heutigen Zeit wäre der wahrscheinlich einfach ein Boxcrashender Achter und so habe ich es mir schön gesoffen weil Michael Barak war sowohl bei Leverkusen als auch bei Bayern München absolute Weltklasse und auch das was die ganze Welt gesucht hat und zum Teil heute noch sucht und deswegen kommt für mich Michael da rein auf welche Position schiebst du ihn jetzt im 4-4-2 den habe ich dann einfach auf den habe ich auf eine 8 dann fertig ach so so okay okay ja weil sie bei mir geht es jetzt natürlich weiter mit zwei also ich habe niemanden mehr im Zentrum ich habe jetzt zwei klare Flügelspieler dann würde ich jetzt mit dem rechten Mittelfeldspieler gehen also meine meine Elf wird natürlich nichts gewinnen das ist klar ist ja halt völlig unbalanciert aber genau die Frage musste man sich stellen gehst du jetzt mit Robben Ribéry sozusagen um es mal auf den Punkt zu bringen oder gehst du mit etwas mittiger und ich habe dann gedacht nee ich gehe etwas mittiger und damit komme ich auch ganz gut klar ja und ich gehe tatsächlich mit deiner erstgenannten Variante also ich kann bei mir rechtes und linkes Mittelfeld ganz 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 kurz fassen und mit Robben und Ribéry gehen weil ich glaube besser wird es nicht mehr in der Bundesliga ja das ist dann das ist bei mir jetzt wird es ganz doof weil wenn du natürlich mit Matthäus Ballack-Netzer spielst kannst du nicht Ribéry oder Robben dazustellen das wäre halt Stilbruch das heißt ich gehe jetzt mit Mehmet Scholl weil Mehmet Scholl halt wahrscheinlich technisch gesehen der stärkste Spieler überhaupt war natürlich auch eine langlebige Karriere hatte dann ja sogar als alter Mann nochmal kommt und plötzlich nochmal da ist immer so für so eine halbe Stunde oder so aber sowohl beim KSC als auch bei Bayern einfach unglaublich stark war technisch einer der besten höchst respektiert und so weiter deswegen will ich den irgendwie auch drin haben mir ist schon klar das ist nicht ganz sauber weil zumindest einer von Robben oder Ribéry müsste einfach stellvertretend für die beiden zusammen da rumlaufen aber Scholl halt auch deswegen nehme ich Scholl der war total krass Mehmet Scholl also kann ich verstehen also für Robben und Ribéry führt bei mir einfach auch als Kombination kein Weg dran vorbei also die beiden welches Jahr war das von Ribéry ich glaube das 2013er Jahr wo er den Ballon d'Or eigentlich hätte gewinnen müssen es ist unglaublich sowas habe ich in der Bundesliga noch nie gesehen ein fitter Arjen Robben also gehört alleine ein Robben gehört alleine deswegen für mich aufgrund seiner Vorbildfunktion als Arbeiter da rein ich glaube sowas gab es in der Bundesliga sowas schon mal einen Spieler der so krass von Verletzungen geplagt war aber so ein krasses Winner Mindset einfach hatte also das ist ja unglaublich wenn das natürlich gilt Scholl Einwechsler für die letzten 15 da würde ich lasse ich mich voll drauf ein alles gut dann nehme ich sogar den 36er mit Scholl alles in Ordnung aber ja Scholl hat ja auch Nationalmannschaft also erstens ist er natürlich ein schwieriger Typ gewesen und zweitens haben die also die Dichte war nicht so schlecht damals 96, 98 in der Möller Hessler Eke Hessler wird halt auch nicht genannt jetzt gerade das ist schon krass was da rumlief eine Zeit lang ja daher und halt verletzt genau aber in erster Linie ging es um Berti Vogts und die ich soll mal sagen manchmal lapidare Ausdrucksweise und Einstellung von Mermit Scholl zum Fußball und ich glaube auch zum Leben da gibt es eine ganz interessante Doku die jemals ich glaube die ist bei Amazon abzugreifen meine dass die der Spiegel damals gemacht hat wo man so sieht dass Mermit Scholl halt auch so wie Paul Breitner auch so auf eine Weise ein kleiner Querulant war ist er ja auch nach wie vor ist er ja immer noch also wenn er Interviews gibt ist er immer noch wenn ich mich aber ehrlicherweise Uli zwischen den beiden Spielern von dir entscheiden müsste zwischen Scholl und Ballack gehe ich 10 von 10 Mal mit Michael Ballack tatsächlich ja ich auch ich auch also Michael Ballack war hatte einfach Pech dass er eine scheiß Generation hatte in Deutschland weil ansonsten wäre auch mit der Nationalmannschaft mehr los gewesen glaube ich ja also ja also Ballack muss da irgendwie schon auch rein und ich habe auch zum Beispiel bei Roberto habe ich auch überlegt weil halt Langlebigkeit ohne Ende ich habe überlegt was ist mit Kevin De Bruyne weil der natürlich nicht lang da war aber die Wolfsburg Zeit war natürlich schon wahnsinnig gut also da musste ich da musste ich auch echt da habe ich mir ein bisschen den Arsch gebissen dass ich den nicht irgendwo unterbekommen habe weil ich glaube die Saison von Kevin De Bruyne wo sie DFB Pokalsieger geworden sind da hat er im Alleingang Dieter Hecking wie einen Weltklasse Trainer aussehen lassen weil Kevin De Bruyne einfach so ein unfassbar krasser Spieler war zu der Zeit theoretisch könnte man dann natürlich die eine Diego Saison schon auch hernehmen das ist mir schon auch klar bei Bremen da habe ich übrigens auch überlegt müsste von den Rehagel Bremern nicht auch irgendwie einer stellvertretend wenigstens dabei sein wo Tava oder irgend so Zeugs aber es gab so viele die stärker waren einfach dann also dann übers Gesamte gesehen und es ist natürlich dann immer sehr Bayern lastig das weiß ich schon aber das schwierig da jemanden mit reinzubekommen als Honorable Mention gerne aber nicht in meine Startelf ich glaube ich glaube so ist es ganz gut zusammengefasst da würde ich sagen lass uns in Sturm gehen weil ich würde fast tippen dass wir die beiden selben Stürmer haben das würde mich stark machen wenn ich da ist es irgendwie leicht also Gerd Müller ist klar wer was anderes sagt der der möge jetzt den Chat verlassen weil es ist glaube ich das einfach krasseste Phänomen das ist je gegeben im Fußball und deswegen muss der da rein also es ist auch für mich klar dass der Bomber der Nation da rein muss und auch derjenige da rein muss der sein Torrekord gebrochen hat daneben ja relativ einfach genau die zweite Position ist obvious irgendwie aus Zahlengründen ist es Robert Lewandowski logisch weil A Dortmund B Bayern und C diese Saison aber und da gibt es natürlich schon einen Haufen honorable mentions also ich gehe auch mit Lewandowski ich sage es wie es ist aber da gäbe es jetzt natürlich schon ein paar über Ovi Sela muss man schon reden der muss da schon erwähnt sein finde ich auch dass man das sagen könnte müsste Karl-Heinz Rummenigge war schon auch gehört da auch rein voll Weltklasse also Miro Klose kann ich sagen gehört da bei mir nicht mit rein so der kommt da nicht Klaus Fischer habe ich überlegt also hatte ich einen Gedankengang dran den damit rein zu packen Rudi Völler Rudi Völler ja da könnte man auch drüber reden weil der natürlich gleich ein paar Mal da war und sehr sehr gut alles was dann sonst kommt Horst Rubisch ganz nett aber im Vergleich zu denen kein absoluter Weltklasse Jürgen Klinsmann hatte glaube ich seine beste Zeit nie in Deutschland deswegen nein Jurwane Elber ja Langlebigkeit da könnte man dann auch mit Claudio Pissarro gehen theoretisch der natürlich auch Tore technisch wahnsinnig gut war wenn man die Prime nimmt muss man Haaland wahrscheinlich auch nennen weil der einfach nicht zu halten war aber reicht mir halt dann auch nicht deswegen Rummenigge Völler das sind noch die zwei wo ich wahrscheinlich am ersten gedacht hätte oh das ist gar nicht mal so klar wie ich es zunächst dachte um dann aber am Ende zu sagen nee komm Lewandowski was solls also ich finde am klarsten von eines Gerd Müller der hat es ist total krass ich habe mich auch erschrocken als ich heute reingeschaut habe in die Statistiken von dem der hat in 613 Spielen 673 Scorer gehabt 570 Tore und der hat auch der hat eine Art und Weise gehabt wie der Fußball gespielt hat ein Instinkt den gab es also ist unglaublich dazu ja guter Punkt sorry das krasse ist ja dass Gerd Müller der war ja nicht sonderlich groß aber unglaublich kopfballstark also unfassbar krass und bei Lewandowski ist es halt so ich finde du kommst nicht an ihm vorbei weil er einfach diesen Torrekord auch in einer Saison von von Gerd von Gerd Müller gebrochen hat das ist eine Alltime Leistung die total krank ist es ist Langlebigkeit das ist Erfolg auch mit Dortmund und mit Bayern das darf man auch nicht vergessen dass der mit Dortmund Meister wurde Langlebigkeit und auch jetzt noch im höchsten Alter bei Barcelona in dieser Saison wieder performt also das finde ich auch genau aber solche Namen wie also die jetzt dann schon auch fallen zum Teil auch also Jupp Heynckes Kalle Riedle auch kann man schon auch so nennen der war schon auch in seiner absoluten Prime saugut keine Frage aber kommt halt alles nicht in die Nähe also wir reden ja jetzt von Zweien die quasi FIFA Stärke 93 haben oder so ja ja klar und das das ist aber auch das ist ein geiler Punkt gerade von Freddy aus dem Chat bin gespannt was man in 10 bis 15 Jahren sagen würde wenn wird's und muss ja dass karrierenweit fortgeschritten sind weil ich glaube dass wir die irgendwann mal dann nennen werden gut möglich dass das so ist sehr sehr gut möglich sogar hängt natürlich auch immer hängt ja bei allen davon ab wäre Lewandowski nach drei Jahren Dortmund zu Juventus gewechselt oder was weiß ich oder gleich zu Barcelona dann würden wir so nicht reden das ist ja klar und deswegen stecken da natürlich auch sehr sehr viele Ulf Kirsten auch ein guter Punkt der natürlich aber leveltechnisch einfach nicht so drauf war aber deswegen gibt's natürlich ein paar die hier nicht reinkommen wenn De Bruyne geblieben wäre oder wenn der hat uns übrigens Michael Reschke auf dem Sportbild Award mal erzählt der war kurz vor den Bayern damals ich glaube ich glaube dass Dortmund auch relativ weit war damals mit dem dass Jürgen Klopp den unbedingt haben wollte ich weiß gar nicht ob vor oder nach Wolfsburg aber wenn es stell dir mal vor der wäre in der Bundesliga geblieben Kevin De Bruyne das wäre krass er hätte es machen wollen er wollte zu Bayern nicht zu City aber das war den Bayern damals zu viel Geld und also what if der wäre geblieben dann schreiben wir den da rein und sind alle glücklich weil so wäre es halt auf jeden Fall gekommen bin ich dabei hast du dir Gedanken über einen Trainer gemacht oder hast du oder hast du einen Trainer der das Ganze oh Trainer der das Ganze macht ja da gibt es zwei glaube ich die man nennen muss Odolatek und Gott mal jetzt fällt einer von beiden macht bei mir ist ich habe mich tatsächlich für den dritten im Bunde entschieden ich gehe mit Jupp Heynckes tatsächlich als Trainer Mentor Otto Rehagel Otto Rehagel boah weil der hat halt auch als gar nichts in der Europapokalsiege einen deutschen Meister gemacht also das ist ja das ist ja überhaupt kein Material was der da hatte ja ja es ist ja ja Dennis Weißweller hat natürlich Fußball spielen lassen wie Sau Hauptmann Hitzfeld war aber schon auch gerade Champions League mit Dortmund und Bayern ich war ich war auch zwischen ich war zwischen Hitzfeld und Heinkes ja aber genau aber gutes Argument Rehagel wird Meister mit Kasselslauter ja gutes Argument ja also wenn wenn wir nach wenn wir nach dem besten Trainer aller Zeiten gehen in der Bundesliga war dann musst du Pep Guardiola eigentlich nehmen aber der war halt eben nicht lange da also das ist das kann ich für mich sagen die Guardiola Bayern waren die beste Mannschaft die ich jemals in der Bundesliga gesehen habe aber dafür reicht mir einfach die Amtszeit von Guardiola bei den Bayern nicht ja aber eigentlich ist Udo Lattec der wird halt der macht halt drei Jahre in Folge alles weg eigentlich muss es Udo Lattec sein also ich bin zufrieden tatsächlich mit meinem Jupp Heinkes Call weil der auch mit also was der mit Bayern gemacht hat und also ich glaube die einzige nicht erfolgreiche Amtszeit hatte er bei Schalke Jupp Heinkes ne auch in Leverkusen war es auch so lala würde ich sagen und davor hat er die Bayern auch schon mal versaut also der war der kam eigentlich damals in seine letzte Bundesliga-Phase zurück mit vergiss den mal das ist nicht so besonders ach krass der kommt dann für die letzte Viertelstunde ja ja Frankfurt genau Jupp Heinkes das war auch nichts mit diesem Jahrhundertkader da ne also Heinkes dem würde ich gar nicht gehen wenn ich ja das ist schon richtig ich bin da auch wahrscheinlich sehr biased wegen den ich bin da sehr biased wahrscheinlich wegen seiner Bayern-Mannschaft die er Guardiola überlassen hat aber ja kann man kann man so argumentieren und dann ist es wahrscheinlich dann auch er oder mal Hitzfeld sogar ja ja es ist schon ihr schreibt es gerade richtig rein Hitzfeld hat mit Bayern und Dortmund die CL gewonnen plus siebenmal deutscher Meister ja Mic Drop aber Udo Lattega hat es ja dreimal in Folge gewonnen ja also ist auch nicht schlecht Franz Beckenbauer könnte man auch nennen der halt einfach immer wenn er da war hat es irgendwie funktioniert ganz kurz bei den Bayern Franz Beckenbauer kann einfach auch alles deswegen ist es egal ne aber komm wollen wir uns auf Otmar Hitzfeld einigen oder gehst du mit Udo Lattec ja du sagst du sagst Hitzfeld ich Lattec dann sind beide genannt yes das finde ich gut möchte Christoph Daum nochmal erwähnen auch wenn es nicht ganz für die erste Elf reicht ja gerne ja honorary mention nehme ich den gerne mit rein und ich würde sagen das war unsere Top 11 of all time